Hallihallo mein lieben Homies, Willkommen zu einer weiteren Tagesquest von AssessSquid So, ich habe mit Reda gesprochen, wir sollen das Banditenlager erreichen und räumen Ich hoffe mal heute, es hat Hallihallo mein lieben Homies mit drauf Weil gestern hat die Schärffunktion wieder versagt, auch ganz zum Schluss Da hat nämlich Spike einen Esel umgerannt Und sollte sich dann mal den Esel entschuldigen, was er auch gemacht hat Aber das wurde leider nicht aufgezeichnet, aber egal Wenn jetzt Windows 10 drauf ist, dann kommt dann sowieso alles in euer Balgato Und dann kann uns die Schärffunktion nicht mehr im Stich lassen Weil wir das Banditenlager ausräumen, Kollege Deswegen sind wir hier So, kommen wir von unten hin Ich denke doch Dann schnappen wir uns den nämlich hier Ach komm doch, Mann, ja, er kommt, er kommt, er kommt Na, er geht Er geht Dann gehen wir hier Oh, da kommt noch einer Machen wir hier ein Double Ein Double, meine lieben Homies Kettenattentat Kettenattentat Sehr schön, der ist auch weg Ach shit, jetzt kommen die ohne Ach so, die müssen wir platt machen Alles klar Kriegen wir hin Wird auf jeden Fall keine kurze Tagesfest, so wie das aussieht Müsst uns noch hier ein bisschen durchschlagen Ich würde mal sagen, den lassen wir am Leben, den nach oben hier Mit die 45 Stufe Nämlich, das ist der Der Hauptmann Weil, wie gesagt, wir spielen den Season Pass live So lassen wir den Hauptmann da mal leben Was wahrscheinlich jetzt eh nicht funktionieren wird Le platt machen Sollen wir alle platt machen, meine lieben Momies Ach komm, wir machen die platt Scheiß doch Kettenwurf Junge, wo ist der Kettenwurf Die verarschen uns doch Die verarschen uns doch hier Doch, da chillt der Kollege Und ich kämpfe mir einen Mann Das ist gar nichts hier Sprich mit Rädern Okay, bist du was, meine lieben Momies Ah, au Wir hauen hier ab Weil Der Schatze liegt da immer noch da Den lassen wir da Weil, dann machen wir da nämlich alles, wie gesagt Im Season Pass Wenn man live spielt Würde ich jetzt auf jeden Fall besser finden Nicht, dass wir das jetzt nicht schaffen würden, ne Aber Wir lassen die Opfer mal jetzt in Ruhe Wir kommen live wieder Wenn wir den Season Pass wieder zusammenspielen Auf dem Samstag Sehr nice Damit haben wir unseren Tagesfest Heute wieder professionell auf unsere Art abgeschlossen Finde ich super Kann man mit Leben Jetzt sehen wir mal schon mit Rädern sprechen Und dann Wasser Platz hier Komm Spike, mach ein bisschen schneller hier Was ist los mit dir? Renn mal Oder galoppier mal ein bisschen schneller Hopp, 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 hopp Oh Mann, ey Diese verdammte Staubmilbenallergie, ne Widerlich Widerlich Jeden Tag Medikament ist auch kacke So, meine Damen und Herren Was bekommen wir Schönes? Ein weiteres Schild Schild ist Adigonus Okay Seltenes Schild Dankeschön, Räder Meine lieben Homies Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen Und sage bis zum nächsten Tagesquest Auf Wiedersehen Ich bedanke mich auf jeden Fall Ich bedanke mich auf jeden Fall Ich bedanke mich auf jeden Fall